Startposition. Schlägerkopf auf Kopfhöhe, Schläger seitlich vor dem Körper und stehe seitlich zum Netz. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts. Treffpunkt. Seitlich vor dem Körper, Schlägerspitze zeigt nach oben rechts, Schlägerfläche leicht nach oben geöffnet. Die linke Hand zeigt Richtung Treffpunkt. Wieder zurück in die Startposition. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Treffpunkt. Stabiles Handgelenk und den Ellbogen vor dem Körper. Schaue bis zum Treffpunkt. lia Trainingsaufgabe Spiele 10 Volleys über das Netz. Ziele auf die Füße des Werfers. Hast du das geschafft? Na dann geht's zum nächsten Schritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017